Du hast Angst oder gerade eine Panikattacke? Folgende Technik hilft dir sofort. Du nimmst deinen linken kleinen Finger mit deiner rechten Hand, umschließt den Finger, atmest durch die Nase tief ein und formst den Laut. Dabei drückst du den kleinen Finger sanft zusammen. Mit dem Einatmen lässt du wieder los, mit dem Ausatmen wieder leicht drücken und mach das dreimal oder ein bis drei Minuten und danach bist du schon viel ruhiger. Probier es aus.